willkommen zurück zum let's play von nba 2k 16 ja es ist soweit wir simulieren noch das match gegen die oder ja bis zum ende der regular season und dann sind wir in den playoffs nba awards 2017 lebron james 81 spiele 24,6 punkte im durchschnitt 6,4 rebounds 8,7 assists okay ja kann man mal machen so rookie of the year warum sind wir das nicht warum sind wir das nicht war man erno bachca okay 79 spiele 12 punkte 8,2 rebounds 0,3 assist 6 man rondo 69 spiele 10 punkte 5,7 rebounds 6,7 assist defense player of the year die enry john 82 spiele 12,9 punkte 16,8 rebounds 0,4 assist mp max freak whitey thank you 82 spiele 20,2 punkte rebounds 7,7 und 4,0 assist coach of the year steve kerr all nba first team wären da point guard james haben shooting guard diamond lillard ja dann small forward lebron james power forward kevin duent und center marcus oh ja dann second team chris paul kiwi erving carmelo anthony chris bosch und twight howard und third team russle carter williams milzap hayward und vucevic all defense first team jimmy butler eric platzow sergi barker lebron james and d andry jordan second team john wall tony allen tim duncan paul george trade howard dann all rookie first team erno batzow sergi stefan klein anton mackie macy konrad smarts west strawberry okay ja zwei lights also bei second team homer doyle brett rack die kriegen lachfleisch hat sorry ulic percy bullard levoi cage und hier sind die playoffs und wir sind gleich oben links wir spielen gegen die lakers oh man okay schauen wir mal was es für matchup gibt also wir spielen gegen die lakers die pelicans gegen die spurs das heißt wir können in der nächsten runde auf die spurs treffen und dann die rockets gegen die sander nee die rockets gegen die ah die clippers dann ja die sander gegen die grizzlies also alter wir haben mit abstand glaube ich das leichteste losgezogen aber danach wird es echt bitter ich denke mal uns werden wahrscheinlich die spurs blühen und dann alles scheiß egal wer dann kommt clippers rockets sander oder grizzlies oh mein gott ja und auf der anderen seite leidiges thema ist es natürlich komplett anders die calves spielen gegen burgland das ist eigentlich schon free win dann die heat gegen die paces das ist ein interessantes matchup und auch eins was ich wirklich liebe die chicago bulls gegen die books ja eigentlich auch ein relativ eindeutiges ding und dann die hawks gegen philadelphia so sieht es aus das ist der match table und wir gehen rein unser erstes match gegen die lakers das also ich muss hier weitergehen oder ja genau hatte was war mir da bei der simulation 124 zu 85 ok läuft na gut das erste playoff match man woow bab and to his advice playoff time money time welcome everybody excited to have you in the house with us on 2k sports i'm ernie johnson along with shaquille o'neill and kenny the jetsmith it is the nba playoffs we've been waiting a long time for this we have yes yes tonight we'll see the los angeles lakers playing against the golden state warriors at their home oracle arena well for golden state as the number one seed in the tough western conference they enter this series with every expectation of asserting themselves and advancing to the semis game one of this series coming up a lot of playoff experience here at this table shaq what do you think is the most important thing to establish in the first game of a series well not literally because i don't want anybody to get suspended but you got to come out swinging ernie you got to capture the the momentum right now and you got to come out the gate strong feisty as always but again you got to come out swinging ernie it is i don't want to hear yeah but if you oops that means you're not holding back because this is not the time to hold back ernie if you put a team on their heels early you can really shape the series i'm telling you that is big so you want to just impose your style and your will right away what is that the hell for a handball man good against the lakers wait it's all about the western conference that's where the action is today as the golden state warriors get ready to go they continue to spread the load from the crowd to the injured d'angelo russell Kevin it looks like he should make a welcome return after being heard a few weeks back yeah when man den gerüchten glauben kann oder auch Kobe Bryant selber seine letzte season eventuell genießen wir den moment money bam und die Halle komplett in gel ich hab Gänsehaut ich hab so fucking Gänsehaut und da penne ich direkt vor lauter Gänsehaut und es ist Bryant mit dem assist wirklich krisp intelligent passen, um diesen Baskett zu machen hier sind die Warriors mit dem Ball Curry Curry D'Freek Curry weiter zu Queen Queen zu Curry boah, wenn der reingegangen wäre, bist du gelähmt, Mann und hier wir gehen der letzte Break Termin's got it Alter, willst du ja abgehen ich schwöre, ich hab so krasse Gänsehaut dafür stirbt man doch einfach, oder? Rebound zu Queen Queen zu Curry Curry dribbelt oh, da hätte ich sogar ziehen können ich hol den Rebound nee, Curry macht ihn rein erster Assist für uns Boah schöner Spin-Move und heftiger Dank zu Thompson geht nicht rein das wird nicht Alter, der hat ja ein Lack Schöner Schöner hat er 2-3 oder 4 von der Flora start das ist immer ein gut sign Curry gegen Turner Curry wide open Schöner das 1-4 2-4 2-3 2-4 3 2-4 3 2-4 3 3 4 Der deckt Young zu Kobe versucht es alleine und unserer Thank you Bam Gidnis Oh Block Ja, der ist drin Oh mein Gott Ausgleich Durch die Mamba That's what I'm talking about Und beide rein Ich wundere, dass das Hibbert Dich von Anfang an spielt Ah Mies Und rein damit Wir führen mit zwei Punkten Und send it back Fuck Ja, das ist Wirklich so Es war weit und breit Keiner Nichts gibt's Sag ich doch Rebound Eat this You can't stop us Alter Zerstörungsblock Zerstörungsblock Hab ich Hab ich Nein, dieses Mal nicht Dieses Mal nicht Alter, fällt der wirklich rein So 14 zu 17 Erstes Spiel Viertel Äh Erstes Erstes Viertel Meine ich Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb was man kann und kann nicht tun. Man muss das sehr schnell lernen, wie effektiv man kann. Es geht darum, Änderungen zu machen. Wir kriegen eine Auszeit, kommen rein gegen Anthony Brown. Und wir führen mit drei Punkten. Unserer. Ja, da hätte er vielleicht nochmal spielen sollen. BÄM! Was sagst du? Ich kann dich nicht hören! Monster Block, Fast Break und dann die Punkte durch Thompson. Ab der... Alter, ich dreh am Rad, schon wieder einen Block. Ich hab's für dieses Mal nicht gecheckt, weil das Geräusch nicht kam. Nächster Punkt. Was macht Young da auch die ganze Zeit unterm Korb in der Zone? Denkt er, er ist jetzt Center, Power Forward oder was? BÄM! Eat this! Arme Machine! Ich sag's euch, man, in den Playoffs... Fress Frittenfett, man! Und das ist jetzt noch nicht mal... Ich sag mal, der härteste Gegner überhaupt. Oh, das war schlecht. Gut, dass wir den Ball nicht ganz verloren haben. Und raus und... Ah, den macht Gary normalerweise. Drei Blocks in ungefähr 20 Sekunden. Nein. Sie wissen, sie haben den Ball, den sie wollten. Aber seine Defensive... Ich meine... ... hat sie von diesen Plänen getötet. Drei Blocks! 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 Fünfter Rebound Und wir ziehen das Foul noch We are hot We are hot Foul wieder rein Ja ok Zerstör den Krupp halt Zerstör den Krupp Das ist einfach nur Zerstörung Move, move, pass Und dann rein damit Alter krass Alter krass Der war heftig So Pause Wisst ihr was Heute hole ich mir sogar mal auch was zum Trinken Ja So, 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 da bin ich wieder Alter was für drei Blocks Macht mich komplett fertig Macht mich komplett fertig Bäm, bäm, bäm Ah, wir müssen aufpassen Es ist ein knappes Spiel Auch wenn wir überlegen sind Was ein Move, was ein Move Ich kann mich nicht hören Lauter, 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 lauter Ich glaub, die können mich echt hören Unserer Playoffs und Freak ist da Freak ist da Freak ist da, Mann 5 von 6 4 von 5 7 Rebounds 18 Punkte Irgendjemand hat mir mal in die Kommentare geschrieben Max, mach weiter so Reiß uns mit Okay Nein, Spaß Ey Das Schlimme ist Ich hab ja NBA schon gespielt Bevor ich Let's Plays gemacht habe Und ich bin genauso abgegangen Die Nachbarn werden sich auch immer gedacht haben Alter, was ist da los Nummer 1 ist drin Nummer 2 auch Erstmal mit Queen Feiern Keine Körper in der Zone zu lassen Alle waren in die Zone Und wir sind nur ein Minute und ein halb Into der 3rd quarter Basketball Curry Kicks to Freak Out to the right wing Pass to Green Freak Dishes to Green It's Freak Top of the key To the paint Schön Schön Komm Bogut Beide rein Beide rein Und 1 ist drin Und Nummer 2 bitte auch noch rein Sehr gut Sehr gut Zwei Freiwürfe Nummer 1 daneben Nummer 2 geht rein Fällt Double digit Double digit Lead Double digit Double digit Lead Double digit Golden State's gone, 7 of 10 shooting from 3-point lane tonight. Excellent numbers from outside. Kicks to Freak. And Curry has it in the corner. Green with the screen on turn. Shot off the screen. Ah, geht nicht rein. Ziemliches Durcheinandergrat. Ah, scheiße. Ich hab gedacht, der wirft. Schön. Gute Defense. Und rein damit. Es läuft alles nach Plan. Weiter konzentriert. Ah, bitter. Bitter. Da schlägt die Mamba zu. Blockfoul. Schön. Schön. Alter, was macht mein Spieler? Und rein. Auszeit von den Lakers, 11 Punkte Vorsprung. Unsere Rebound-Maschine. Kobe Bryant gegen die Zukunft. Also gegen uns. Scheiße. Er hat die Zukunft voll gerade eben verkackt. Warum läuft er da nicht weiter? Das ist kein Problem, weil Liggy noch mitgelaufen ist, aber der Spieler sollte schon weiterlaufen. Lakers haben sogar 50% von der 4 hier in der 3rd quarter. 4 of 8. Bryant drives in. Misses from close wing. Next, we bounce. Warriors have gone 7 of 9 from the field to start this 2nd half. Some tremendous shooting from them. And here's Barnes for 3. No luck. And the Lakers will go the other way with it. On the wing, Bryant. Covered by Barnes. Kobe against Barnes. Here's Hibbert, drilled from 11 feet out. Hibbert's got 8 points. Ja, kannst du dritt bleiben. Es ist hier noch nichts entschieden, ey. Bitte. Fuck. Und wir machen den Punkt halt noch. Das war dumm. Das war dumm. Einfach nur dumm von mir. Er zählt nicht mehr. Jetzt wieder konzentriert. Schön. Blocks zum Punkten gestellt. Alter, Curry springt umgibend erst mal 3 Meter hoch. Ja, aber in diesem Fall, ich denke, du hast es richtig. Ich meine, der Defender war immer noch da. Und hat nie wirklich eine gute, legale Guarding-Position gehabt. Er war nicht set. Und es ist gut. Konzentriert ist der Schuss. Er geht nicht rein. Gleich fort zu Thompson. Und da oben ist der Rebound. Raus zu Queen. Golden State moving it around. Freak dishes to green. It's deflected. Super. Outside turn. Diener. 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 Dranbleiben. Dranbleiben. Diener. 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 Unsere. Scheiße. Die treffen gerade beide Teams nix. Diener. 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 Oh mein Gott. Ich hab gedacht, ich zünde schnell. Falsch gedacht. Noch 3 Minuten zu spielen und 5 Punkte, das ist nichts. Meiner. Nächster Rebounce. Der muss jetzt reingehen. Ja, Mann. Freak ist da, Mann. Nächster Rebounce. Nächster Rebounce. Ah, super. Wetter, was geht mit ihm ab? Hau. Wetter, was ist mit dem los? Dieser Boxkampf oder was? Das ist, was wir sind. Und ein kurzer look hier. At the hustle stance for the Warriors. Was ist das? Was ist das? Scheiße. Aber wir mussten es machen. Shot clock ist runtergelaufen. Geht rein. Geht rein. Und er geht rein. Boah, der tut denen richtig weh. Boah, der tut denen richtig weh. Und ich bin nicht schnell genug bei Young. Das Problem ist, mir geht langsam so ein bisschen die Power aus. Nein, da mitz. Und er geht rein. Und er hat 7 von 12. Dieser Schuss hat überrascht. Das Schuss hat überrascht. 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 Wir müssen uns aufrufen. Wir müssen uns aufrufen. Wir müssen uns aufrufen. Wir müssen uns aufrufen. Wir müssen uns aufschrauben. some pick & roll auf Shamley. Tunner gegen Curry. And Turner kicks to Kobe. Il demchio Politikard gegen assurancecom. beim Randa von Hibbert. Anny Burecht. Was tie caliber. Anny Burecht. Anny Burecht. Feline Йung Geghn Qualifetz desper projection für die principalmente his Liebe. Ich dachte ich fahre den Pass in die Zone. Fuck. Hippert die Sau. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Shotlock runterlaufen lassen. Und er macht ihn. Und er macht ihn. Vogel du altes Saumann. Nein. Zwei Freiwürfel. Nummer eins. Nummer zwei. Und wir sind am Feiern. Sechs Punkte, noch 17 Sekunden. Und unsere. Und wir werden gefoult. Zieht es euch rein. Die Atmosphäre. Das Game. Die Playoffs. Das Game. Das Game. Das Game. Das Game. Das Game. Und das erste Match geht an uns. Puh. Party. 25 Punkte, 7 von 12, 14 Rebounds. Fünf Assists. Fünf Assists. Drei Monster Blocks. Tja. Und jetzt lasse ich euch noch mit den schönsten Spielszenen alleine. Und jetzt. Die 2K Sports Postgame Show. Kiff. Das ist ein Tier. Many thanks Kevin. So now we move on to our Jordan player of the game. Freak. Just a monster first quarter of the game. He came out hot and just never cooled down. Das boost he gave his team early on war ein huge factor. Starting out the series, this is a huge win to go up 1-0. He gave them the energy and effort they needed, huge performance, and what a time to do it. If he can keep up this effort early, boy, oh boy, oh boy. He was up to every single challenge he faced tonight. He was in such control of the ballgame. His showcase of his skill set was awesome. And that will wrap up this round one broadcast of the NBA playoffs on 2K Sports. For Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal, I'm Ernie Johnson, and we'll see you again as the NBA playoffs continue.